Ja, hier stehe ich vor dem Residenzschloss in Bad Arolsen. Hier von Bad Arolsen aus wurde bis 1929 das ehemals selbstständige Fürstentum Walderk regiert, eh dass es sich Preußen Anschloss. Auch heute noch ist es Sitz des Fürstenhauses. Der Fürst und seine Familie wohnen in einem Teil des Schlosses. In einem anderen Teil ist ein Museum untergebracht und Bibliotheken. Also ein besonderer Ort für uns Waldecker, so wie wir Waldecker auch ein besonderes Völkchen sind. Wir haben einen besonderen Nationalstolz inklusive eigenem Lied, im Waldecker Lied. Hier in Arolsen spürt man das besonders und vor diesem wunderbaren Schloss hat man einen Eindruck, wie fürstlich es früher in der Residenzstadt zuging.